Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal per 120 4 79 zockt schön dass du wieder dabei bist wir sind im LR7 Nordfriesischmarsch 2.1 da hatten wir letztes mal geupdatet das habt ihr in den videos gesehen und ja das ist jetzt ein infovideo denn wir machen ein livestream und den findet ihr dann in der playlist von den livestreams weil die folge geht länger als 30 minuten quasi und deswegen jetzt ein livestream geben und beziehungsweise diesen livestream findet ihr dann halt nicht hier sondern hier seht ihr nur das infovideo mit der nummer und das andere video wie gesagt das werdet ihr dann quasi dann bei mir finden in der playlist twitch live da werde ich das dann quasi dann haben deswegen geht gerade mal die paar sekunden hier was wir hier machen und dann werden wir uns im live stream hoffentlich wieder sehen und ja das werde ich jetzt eigentlich immer so machen wenn ich live streams quasi mache so in diesem playlist in thal oder halt hier nordfriesischmarsch dann werde ich das weil sie mit einem infovideo ankündigen und werde dann hingehen und ja wie gesagt ihr findet hier das infovideo und das andere video werdet ihr dann quasi in dem live stream ordner finden bei twitch da sind schon andere sachen drin müsst ihr einfach mal rein gucken da werdet ihr das sehen und da haben wir das also dann viel spaß beim anschauen und ja ich hoffe wir sehen uns später tschüss macht's gut euer pelle